Ja, der ist bei Telefon. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Schandes. Hier am Telefon ist Clemens Wagner von der Firma SwissFutureFX. Ist der Disco bei Sie? Kann Sie ganz schlecht hören. Hören Sie mich? Da ist Lautmusik bei Ihnen. Kann man ausmachen. Nichts gut hören. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, einen Moment. Hallo? So, Herr Schandes, hören Sie mich? Jetzt kann ich hören. Guten Morgen. Okay, guten Morgen. Hallo, wie geht's Ihnen? Ja, alle gut. Hoffentlich ist alles gut bei Ihnen. Jetzt muss ich es schon wieder anmachen. Was ist das Problem? Ist das ein Verarschenanruf von Radio? Nein, nein, nein. Das ist kein Verarschenanruf. Einen Moment, bitte. Das gibt doch nicht. Herr Schandes, das ist ein Verarschenanruf. Einen Moment, das ist ein Verarschenanruf. Einen Moment, das ist ein Verarschenanruf. Einen Moment, alles sehr gut. Guten Morgen. Ja, bitte. Gut. Gut, gut, gut. Muss ich kurz reingegangen. Und was kann man bei Sie machen? Also, wenn Sie den Computer aufmachen, zeige ich Ihnen, wie unsere Plattform ausschaut. Und gemeinsam aktivieren wir Ihr Konto. Ist bei Sie was, wo kann man den Doggycoin kaufen, right? Bei uns kann man mit verschiedenen Kryptowähren traden und auch anderen Asats. Sie haben es bestimmt für Doggycoin gemeldet? Ja, ja. Ja, ja, Doggycoin. Okay. Ist der Computer schon an? Jetzt bei Hochfahren machen. Okay, gut. Wenn das schon an ist, dann, damit ich Ihnen auch die Plattform zeige, brauchen wir ein Hilfsprogramm. Haben Sie sowas am Computer? Ein was, bitte? Ein Hilfsprogramm. Sowas wie AnyDesk. Haben Sie sowas? Antivirus, right? Nein, nein, nicht Antivirus. AnyDesk. AnyDesk? Das kann ich nicht. Das lässt uns verbinden. Und ich kann Ihnen live die Plattform zeigen. Kein Problem. Das ist so wie TeamViewer, right? Wie TeamViewer, genau. Oh, okay. Das ist gut. Ja. Haben Sie sowas? Nein. Okay, dann laden wir das runter. Kein Problem. Okay. Sagen Sie mir einfach Bescheid, ja? Ich muss gerade mal gucken, das Computer von Company. Ich glaube TeamViewer von Technical Support haben. Ja, wenn das so der Fall ist, sagen Sie mir einfach Bescheid. Okay, ich bin da. Ja, einen Moment Ding. Also bei Sie den Doggycoin dann kriegen, ja? Genau, man muss sich zuerst mal anmelden. Ja. Wie viel haben Sie sich überlegt, mit wie viel Sie starten möchten? Also dann... Was ist so eine überschaubare Summe für Sie? Nein, ich will viel machen, weil jetzt letztes Jahr mit Company gute Gelder machen wegen Corona-Support. Dann noch den Support von Deutschland, den Corona-Support und Investment machen. Wie viel? 30, 40.000, wenn gute Preise, gute Customer Service und Support, dann mehr machen und gucken, ob gut Functioning machen. Weil, ähm, keine Ahnung von denen. Ich bin Ziegenfarmer. Aha, okay. Ja. Ähm, und Sie möchten ungefähr nur in Deutschcoins investieren oder haben Sie sich auch interessiert an Bitcoin? Ich will den, ähm... Weil wir bieten auch ein bestimmtes Programm an, das ist Bitcoin-Arbitrage. Ein was? Bitcoin-Arbitrage. Das heißt, wir, ähm, kaufen den Bitcoin um einen bestimmten Preis und versuchen, das, ähm, höher zu verkaufen. Okay. Damit erzielen wir auch einen Gewinn für, für den Kunden. Ja. Ähm, das wäre auch für Sie interessant, wenn Sie sagen, ich wäre in Kryptowährungen interessiert. Ja, aber den, äh, Docker-Coin sehr Spezialität, right? Und darum den, ähm, 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 sehr, 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 sehr gut, ähm, Preis bekommen und dann, äh, viel kaufen, viel verkaufen und gute Profit machen. Okay. Äh, haben Sie sich überlegt, wie, äh, Sie, äh, zahlen möchten? Äh, Docker-Coin. Ja, 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 aber, äh, Online-Banking oder mit der Kreditkarte? Das ist mir egal. Okay, gut. Ist der Computer schon an? Ja, ja, Computer anmachen. Okay. Schauen Sie mal, ob Sie, äh, AnyDesk oder TeamViewer haben? Also, wir, äh, TeamViewer haben, warte, wir haben, äh, ein deutscher Mann für Büro, der alles einen deutschen Namen geben, warte, du, äh, TeamViewer heißt jetzt Gruppenbetrachter. Und wer, äh, kennt, kennt du OpenOffice-Site, den Programm? Na, äh, sowas haben wir nicht. Aber ich würde Sie bitten, äh, ich würde Sie bitten, äh, auf Internet zu gehen, äh, und, äh, ich zeige Ihnen, was Sie zum Unterladen haben, ja? Ja, also TeamViewer nicht gehen, right? TeamViewer? Nein, also, ähm, machen Sie Google Chrome auf. Ja, Google Chrome. Genau. Ja. Und geben Sie ein A, N, Y, D, E, S, K. K. Punkt D. K wie der Hühnchen, right? Äh, K wie Konrad. Okay. Punkt D. Punkt D. E. Remote Desktop Software. Genau, richtig. Äh, dann, äh, klicken Sie Download Now. Okay. Das kann man machen. Äh, Download Now. 20 Sekunden. Und, äh, dann kommt bei Ihnen, äh, so links unten ein Pfeil AnyDesk.exe. Dann klicken Sie das bitte. Und wenn sich das öffnet, zeigen Sie mir bitte die neunstellige Zahl. Ähm, ja, das ist, äh, 474. 474. 065. 065. 065. 545. Right? Gut, ich schicke Ihnen eine Anfrage. Bitte annehmen. Sie keine Profilbild haben, right? Nein. Okay. Also, ich habe Ihnen eine Anfrage geschickt. Sie müssen Accept klicken. Ja. Gut. So, das ist jetzt meine Maus. Sehen Sie das? Ja. Maus gestohlen, right? Ich habe kurz die Maus gestohlen. Also, so, ich zeige Ihnen jetzt die Plattform. So, zack. Sie, ähm, der Technical Support machen? Genau. Ich bin zuständig, um das Konto aufzumachen. Ja. Und dann werden Sie, äh, mit einem, äh, Senior Trader, ähm, in Verbindung gesetzt. Oh. Ja. Und er bespricht mit Ihnen, äh, alles dann, ähm, was, ähm, zum Besprechen nicht. Sie haben gesagt, Sie möchten in Kryptowährungen, äh, investieren. Dogecoin, right? Ja. Sie lieben Dogecoin, gell? Oh, das ist jetzt, ich mag den, wir eines von diesen Hunden haben. Okay. Nur den Hund oder auch, äh, die Währung haben, auch Profite zielen? Beide, beide. Wir den Hund bei Ziegebock aufpassen, machen, bei, ähm, bei Farm. Und, äh, Coin for Investment machen. Okay, gut. Wir haben Ziegefarm. Wann haben Sie, äh, erst mal über Dogecoin gehört? Ah, ein Wochen. Mhm. Und kennen Sie jemanden, der einen Profit, äh, gemacht hat mit, äh, mit der Kryptowährung? Das, ähm, äh, nein. Nein, okay. Wir sind wirklich in der richtigen Zeit bei uns gelandet. Ich würde Sie bitten, hier die E-Mail-Adresse einzugeben. Und, äh, und Sie haben, äh, wahrscheinlich per E-Mail, ähm, ein Passwort bekommen von uns. Oh. Checken Sie mal bitte die, die E-Mail. Und ich, wenn Sie das haben, dann sagen Sie mir Bescheid. Die gucken mal eben bei Handy, sonst muss man dazu machen. Ja. Smartphone-In-Ride. Otter-Zucht, Otter-Bach. Wer auch Otter-Zügt denn, wenn Sie mal eine Otter mögen denn? Mhm. Mögen Sie Otter? Ja. Ja, sehr gut. Von wann, wann Ihre E-Mail? Ich habe ein 30.000 E-Mail. Ähm, Swiss Future FX. Sie müssen, schreiben Sie einfach, suchen Sie nach Swiss Future FX. Sie bei Schweiz Land, Sie erwohnen? Nein, äh, unser Sitz ist in London. Ich bin gerade in London, aber wir haben natürlich Sitz in Frankfurt und auch in der Schweiz. So, wenn Sie das haben, sagen Sie mir Bescheid. Falls nicht, dann frage ich kurz beim Supporten und Sie generieren Neues für Sie. Okay? Ja, ich glaube, wir haben. Okay. Ja, wunderbar. Functioning machen. Super, das ist jetzt Ihr Account, äh, aber Sie haben gesagt, ähm, das ist Ihnen egal, wie Sie, wie Sie zahlen, per Kreditkarte oder Online-Banking. Ja, weil du, jetzt mal, äh, gucken, was Dogecoin kostet und wie viel kann man bei Deiner Firma kaufen, ja? Genau, äh, also bei uns funktioniert das so. Wir haben eine Grundgebühr von 250 Euro, äh, somit, äh, wissen wir, kriegen Sie dieses ID und in dem zweiten Gespräch, ähm, das wäre so in einer Stunde, ähm, äh, wird Ihnen, der Senior Trader unterstützen, ähm, Dogecoin, äh, zu kaufen bei den, äh, bestimmten Plattformen, die, äh, dieses Dogecoin anbieten. Aber, 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 aber er kann doch kein Geld geben, wenn gar nichts wissen, ob, äh, funktioniert machen. Da muss ich mal vorher gucken. Das funktioniert bestimmt. Wir sind eine, äh, spezialisierte Firma, ähm, nicht nur in Assets, sondern auch in Kryptowährung. Ja, aber ich kaufe da auch kein Auto, wenn ich nichts Probefahrt machen kann. Das muss ich mir zeigen. Dann ziehen Sie Ihren Manager rein? Kann ich mit Ihnen reden? Ja, ich kann Sie mit Ihnen, äh, in Verbindung setzen. Ja, bitte. Äh, so, Sie sind jetzt, Sie sind jetzt angemeldet, ähm, ich würde Sie bitten, ähm, hier, ähm, auch, ähm, im Nachhinein die Dokumenten hochzuladen. Right. Ähm, und ich setze Sie dann in Verbindung mit dem, äh, Senior Trader. Sehr gut. Ähm, so, in, äh, 10 Minuten. Oh, da muss ich den Ziegenbock melken. Was müssen Sie melden? Ziegen. Gut. Okay, gut. Dann setze ich Sie in 5 Minuten, äh, mit dem Senior Trader in Verbindung. Kann man jetzt nicht mit denen reden? Weil ich schon wieder 30 Anrufe bei, äh, bei Q habe, right? Na, Sie kriegen Anrufe? Ja, ganz vielen. Warum? Sie haben sich nur bei uns angemeldet. Das ist, ich bin ein Business-Telefon, right? Ja. Ja, und dann viele Menschen bei meiner Anrufe, wenn die Ziegenbocken brauchen. Okay, gut. Äh, geben Sie mir nur eine Minute, ich, äh, 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 sag dem Senior Trader und setze ich in Verbindung mit Sie. Sie müssen gar nicht auflegen, okay? Gut, bei Telefon bleiben. Einen Moment, ja. Gut. Schauen wir mal, Imprint gucken. No, keine Imprint-Ride. Ja, hallo, schönen guten Tag. Maximilian Stern am Apparat von SwissFuture. Ja, guten Morgen. Bankieren an die Rockhahn. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Rockhahn, wie geht's Ihnen? Ja, alle gut. Und bei Sie? Ja, bei, bei mir geht's auch gut. Bei mir geht's auch gut. Ein bisschen viel zu tun heute, heute früh, aber ansonsten, ja, geht's gut. Wir gleichen hier, gleichen hier, immer viel Arbeit machen und jetzt, ähm, Kollege sagt, Sie können helfen bei Dogecoin, right? Genau, also ich kann Ihnen behilflich sein, äh, um Ihnen auch die Fragen, äh, zu beantworten. Also Sie sind daran interessiert, äh, in Kryptowährungen zu investieren, hat mir der Kollege gesagt. Ja? Genau. Aber ich das, äh, keine Ahnung haben, von was kann man machen und, ähm, Kollege gleich sagen, muss du Geld geben, dann kannst du reden, sag mal, ja, kann ich doch kein Auto kaufen, wenn kann ich nicht vorher testen, muss ich mir einer gesagt machen, was kann man machen, was kann man nicht machen und, ähm, was, was kostet. Das muss ja, muss ich mir ja jemand sagen. Genau, also dann kann ich es Ihnen erklären. Also, äh, Sie haben, äh, SwissFuture bei uns gesehen. Also das ist eine Plattform, wo man, äh, bestimmte Vermögenswerte beziehungsweise Assets traden kann. Also bestimmte Vermögenswerte, das, das ist von, äh, Kryptowährungen bis hin zu, zu Aktien oder Edelmetall, also je nachdem, was für Sie, für Sie interessant ist. Äh, wenn Sie zum, also Sie haben bei uns drei Optionen. Die erste Option ist, Sie machen das selber. Okay. Wenn Sie das selber machen, dann sind Sie selber für das Konto verantwortlich. Sie bekommen auch, äh, keine, keine Unterstützung, was den Handelspositionen, äh, anbelangt. Sie kriegen auch keine, ähm, keine Empfehlungen oder sowas, denn wir müssten dann dafür haften und das wollen wir nicht, wenn Sie selber dann für Ihr Konto zuständig sind. Äh, es gäbe dann die Option eines automatisierten Tradens. Das bedeutet, dass, äh, wir einen Algorithmus, äh, bei uns einsetzen würden im Unternehmen und, äh, anhand von diesem Trading Roboter würden Sie dann traden. Und dann zahlen Sie für die Dienstleistungen 10 Prozent, äh, von den generierten Gewinnen. Oh. Das Problem bei diesem, das, das Problem, äh, bei diesem, ähm, Autotrader. Ja. Ist, dass, äh, dass dieses Algorithmus nur anhand von mathematischen Daten funktioniert. Also alles andere, was qualitativ ist, also wie die Märkte zum Beispiel reagieren auf eine bestimmte politische Nachricht, das wird überhaupt nicht erfasst von, 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 von diesem, äh, von diesem, von diesem Algorithmus. Äh, das Zweite ist, äh, das Dritte, Entschuldigung, also die dritte Option ist eine Vermögensverwaltung. Das heißt, dass ich als Accountsmanager ihr Konto verwalte und für die generierten Gewinne kriege ich dann 10 Prozent. Also ich kriege nur einen Gewinn, wenn, wenn Sie, wenn ich für Sie einen Gewinn erwirtschafte. Also stellen Sie sich vor, Sie investieren 100.000 Euro oder so. Ja, ja. Und in, 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 in einem Monat wurde ein Gewinn von 20.000 Euro generiert. Ja, ich kann regnen. Genau, von, von, naja, ich sag's Ihnen nur als Beispiel. Also ich will Ihnen nicht unterstellen, dass ich mich treten kann. dann kriegen wir zum beispiel ein gewinn von von 2000 euro so das ist dann das ist das ist der das ist dann die die ihre miete die wir dann erhalten okay nach dem was was für sie was für sie am interessantesten ist also doch kein empfehlen genau dort koin oder bitcoin oder was auch immer ja ja doch ein viel günstiger und will den haben bevor noch teurer werden wie viel dogecoin bei lager bei bei ihrer company wie viel kann man haben wir bieten die wir bieten das an ich muss das aber vorher prüfen um zu sehen also wir haben da ungefähr also um ihnen eine exakte zahl an angeben zu können dann müsste ich das dann vorher prüfen ja bitte gibt es ja viele es gibt sehr viele klienten die die einfach sehr viel doch keins gekauft haben auch aufgrund von dem was der elon musk gemacht hat also der name sagt ihnen bestimmt was wir haben wir haben im tesla traktor bei farm right wo haben sie das bei fahren wir ziegen fahren haben haben sie haben sie eine ziegen fahren ja okay okay und wir so macht traktor haben cool und wenn ich fragen da woher kommen sie von indien aus india ja cool und 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 wo genau ist indien bitte wo genau ist indien bangalore bangalore station cool sind sie sind die spezialisten im unternehmen haben wir sehr viele indische spezialisten das ist sehr böse ist aber böse aber gute stereotypen right indische menschen sehr gut aber gibt bei internet gibt auch sehr viele inden bei internet die telefon scamming machen mit mit computer technological company und ich bin ziegen ziegenfarmer geworden ich kenne nur 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 gute indische stereotypen also gut also wie wir kennen in london also in london gibt es einen indischen bürgermeister es gibt einen indischen es gibt einen indischen es gibt einen indischen treasurer mit ist also so ein finanzminister schatzmeister es gibt es gibt es gibt einen indischen präsidenten der finanzaufsichtsbehörde also in england haben die indier wirklich einen sehr sehr guten hof noch 20 jahren dann unsere ganze welt gehören das dann weiter wir müssen ja wir müssen blutige rache nehmen für die kolonialisation auf india und wir werden in great britain wir werden das kaputt machen wir die ganze ganze land nehmen ziege bock nehmen die heilige kuh töten frauen kaputt machen wir werden unsere rache haben ich hoffe dass sie scherze machen aber ja dabei wünsche ich ihnen viel glück die heilige kuh wird sie verschonen wenn sie mir mit dogecoin helfen aber sage mir warum warum website von company kein imprint im pressum haben und kein finanzaufsicht nummer oder irgendetwas ich kann nicht finden also dass das lassen wir ihnen zukommen also wir haben das auf jeden fall ja warum nicht da muss man ja publik öffentlich in deutschland ist es so dass man immer ein impressum haben muss ja und in england ist es nicht erforderlich also man gibt einfach die kontaktdaten her und alles andere ist leicht prüfbar aber gerade wenn ich wenn du wenig viel geld geben will bei company dann muss man sicherheit haben und wenn ein company erst wenn man fragen und bettel info geben denn nicht so gut wenn ich sie direkt hören also eigentlich nicht das ist es ist gang umgeben in dem bereich problem denn das unternehmen das ist ja registriert es ist es ist reguliert von wohnung anders anders also von zwei seconden von der fca also das ist dann was ist das von den größten das sind die finanzaufsichtsbehörden in der eu aber wie soll ich das kontrollieren wenn sie keine nummer haben wo kann man da anrufen ja hallo kann du den company bitte kontakt machen wenn du das prüfen ja also wir können ihnen dazu kommen lassen vielleicht die lizenznummer und auch das das dokument vor das unternehmen dann registriert ja können sie kurz machen dann kann ich mir den angucken ja jetzt bin ich nicht in meinem eigenen büro aber ich kann es ihnen gern zu kommen das wäre sehr gut und dann den dogecoin kaufen ganz viele dogecoin für die ziegen fahren aber warum interessieren sie sich so sehr für dogecoin weil wir auch eine shiba inu haben und weil der viel geld machen okay also den den dogecoin die inu der keine geld machen denn nur geld kosten aber der auf ziege bock aufpassen okay wenn ich fragen darf woher kommen sie aus deutschland wo leben sie in deutschland wir sind bei otterbach kennen sie otterbach wir auch eine kleine weil das der name von den stadt wird auch ein kleiner otter zückt haben weil das ja auch von aussterbung äh ähm äh ähm äh äh Kaiserslautern? Ja und das US Air Force Base Rammstein, das ist auch da. Ok. Und seit wann sind Sie in Deutschland? Seit 13 Jahren. Seit 10 Jahren? Seit 10 Jahren. Sie sprechen eh gut für das, dass Sie seit 10 Jahren da sind. Ja, das wird vorher, weil du kannst ja nicht sagen, okay, jetzt Ziegelbock bei Koffer stecken und nach Deutschland fahren, du musst ja gute Präparation machen. Bei India, das ist ein Gott Institut, ja, da kannst du sehr gute Deutsch lernen, die dir auch richtig bei Popo treten, wenn du die gut machen und dann rüberkommen und Ziegelbock machen. Ok. Sie haben noch richtige Ziegenfarmen, also sie verarschen mich gar nicht. Ich kann sie Fotos schicken. Ok, das würde mich interessieren. Wie heißen die Ziegenfarmen? Bangirandi Rokan, Gott Industrie. Ok, ok, genau, das schauen wir uns an. Und Herr Rokan, wenn Sie dann, also wie viel in Dogecoin möchten Sie investieren? Also ich wollte nehmen eines Bitcoin, dass ich einen harten Bitcoin habe und dann 20, 30.000 bei Dogecoin machen, weil das ja bei ein paar wenigen Tagen Doppelwert kriegen und dann einmal richtig Profit machen, Geld wieder nehmen und Investing machen bei Farm. Ok, ok, ja, das können wir hinkriegen. Gut. Das können wir auf jeden Fall hinkriegen. Also, wie wollen wir weitermachen? Wie wollen wir operieren jetzt? Soll ich Ihnen die Bankdaten zukommen lassen? Sie haben das Konto mit dem Kollegen bei uns eingerichtet. Right. Und dann können wir einfach Sie dabei unterstützen, die Dogecoins zu kaufen und ein Bitcoin. Also je nachdem. Sie geben uns dann Bescheid, was wir für Sie tun können. Jetzt muss ich Expert einen mal fragen, wie man aussprechen, weil Dodge ist ja das englische Deutsche für Ausweichen, aber das ist ja Dogge, das ist ja der Hund, wie man richtig aussprechen. Ich will keinen Blamation machen. Ja, also Dogecoin können Sie natürlich sagen, aber ich selber sage Dogecoin, aber Dogecoin ist auch nicht falsch. Also das ist kein Problem. Ja, aber was ist richtig? Weil wenn ich in Englisch sage, I'm dodging the train, dann heißt ich bin dem Zug ausgewichen. Aber wenn, ähm, ja, oder irgendeiner anderen, weil to dodge ist Ausweichen oder Konten parieren. Und ich will dem Hunde ja nicht ausweichen, ich will den bei Arm nehmen und Geld damit verdienen. Sie wollen ihn streicheln, ne? Right, die sind so knuffig. Na, also, ähm, sagen Sie einfach Dogecoin. Okay. Denn, äh, der Begriff hat sich umgesetzt, weil Elon Musk so ein Meme gepostet hat, wo er einen, 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 einen kuscheligen Hund so in die Luft hält. Oh, 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 oh. Das haben Sie auch bestimmt verfolgt. Natürlich. Und deswegen sagen Sie am besten, äh, Dogecoin und, äh, das, 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 dabei belassen wir. Ich will nur nicht, dass das Menschen bei mir lachen, wenn ich falsch sage. Na, also, da lacht ja kein Mensch. Warum sollte man, äh, lachen? Ja, viele, viele Menschen sind sehr böse. Ach, kommen Sie. Wer, 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 wer hat Ihnen, wer hat Sie ausgelacht? Auch viele Menschen immer lachen, wenn ich Worte nicht sagen kann, wie denn, äh, wie denn soll, die Worte. Und das ist nicht sehr gut. Ja, aber in Deutschland lachen, 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 lachen Sie die Menschen aus, oder was? Ja, weil das ja nicht, ähm, so sehr, sehr gut in Deutsch reden, manchmal Worte sagen, was ein ganz anderes, ähm, bedeutet. Und das sehr, sehr komische Situation machen. Herr Hogan, hören Sie zu. Also, wenn, wenn, wenn irgendjemand, äh, Sie in Deutschland auslachen sollte, dann sagen Sie ihm einfach, dass Sie ein ganz, äh, äh, ganz intelligenter Inder sind, der hier in Deutschland im Bereich Finanzmathematik und, äh, IT arbeitet. Und der sollte sich dann, äh, auf dem Weg nach Hause machen. Ne, ne, ich dann Pepperspray nehmen, und viel besser. Genau, genau. Weil dann, weißt du, ich nach Hause gehe und weinen, wenn Leute sehr, sehr schlechte Sachen sagen, und dann den Leuten sollen auch weinen. Weil du drückst, die gute Pepperspray die drei Tage weinen, dann die wissen, wie ist meine Leben. sie mir auch lachen sie mir auch lachen das ist ja weil das nicht legal ist das ist das ist gesetzes wie die anwälte sagen dass die die notwehr gewalt anwenden das ist keine notwehr wenn der einen den heiligen kuh beleidigung machen dann darfst du auto nehmen und kaputt fahren ja das ist vielleicht in indien so aber in deutschland wenn du den heiligen den heiligen kuh muss verteidigt werden das ist der oberste pflicht nein 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 nur ziegen nur ziege bock und otter ok und wird eine huhn haben möchten sie mit den hun reden na ungern ungern hallo hallo also rockern dann nun ein antwort erwarten können sie bitte einmal hühner geräusch machen für den nun ich komme nicht aus indien also ich spreche nicht mit türen das ist ein sehr intelligenter lebensform ich komme aus baden württemberg wurden da wurden da kann ich bitte aus wo dabei baden wurde berg aus ludwigshafen dann bitte schwabe oder baden sei reit schwabe ja ja die mit schwaben ist ja klar finanzmarkt und eine schwabe das musste ja kommen das muss kommen ja also die schwaben sind das sehr sehr gut im vermögensverwaltung ja die baden immer sagen den schwaben den geld stehlen na also den schwaben stiehlt keiner das geld nene die badener die sagen die schwaben andere menschen geld stehlen na die schwaben sind nur die sparen viel die geben nicht viel aus die die schwaben aber man soll aber man soll dann bei einem schwaben geld ausgeben kennen sie mercedes was ist das für eine frage kennen sie mercedes das wird von schwaben hergestellt das wird von schwaben produziert ja wirklich ja muss ich muss ich meine frau sagen muss ich mercedes verkaufen will ich nicht haben ha 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 genau nur bisschen spaß machen dann dann werden wir so vorgehen also sie wollen insgesamt ein bitcoin kaufen und 30.000 in deutsch coin investieren doch kein reit doch kein genau dann also sie haben das konto bei uns fertig gemacht das konto ist aktiv ja sie können jetzt nur das geld investieren also die 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 für die deutsch coins und für das bitcoin ja und und dann können wir das also dann können sie das nach belieben kaufen dass sie kann dann selber entscheiden wie viel sie dann kaufen wie viel sie dann verkaufen gut können sie dann mehr adress geben ja das ist das tun wir gut weil muss ja transport machen also haben wir haben sie bei bei festland europa auch ein office eine eine niederlassung wir haben in frankfurt nicht hier ist aber nicht für kunden sie ist nur für für finanzinformation die aus dem dax kommen aber da kann man kein lieferung machen na da kann man keine lieferung wo denn warum was brauchen sie für eine lieferung ziegebock bei sie bringen als danke schon für große hilfen also dass das brauchen sie nicht dort muss sie machen den heiligen sakramanta karma verlangt einen geschenk für einen guten freund zahlen sie zahlen einfach die provision das ist nicht gut damit damit sind wir dann zufrieden das ist gut aber das ist eine sachen von herzen wenn eine menschen sehr gute sachen machen dann muss man danke sagen ja sein dankeschön das ist das passt wo kann ich den bringen können ich als zu beschicken nicht nicht selber kommen sie können gern ich gebe ihnen dann was für eine gewollte meine persönliche adresse haben da wo kann ich sie bock schicken eine ziege schicken das können sie können ja keine ziege schicken doch kann man schicken sie können mir ziegenfleisch vielleicht ja wie sie das möchten kann sie geben den besten ländern kann sie geben mit flank hat das ist keine probleme jetzt bin ich mal wirklich sehr gespannt also geben sie mir kurz den namen von von ihrem ziegenunternehmen denn ich werde selber zu ihnen kommen um die beschissene ziege zu kaufen sie haben sie gerade beschissene ziege sagen ja habe ich wie können sie so über meine ziege reden tut mir leid tut mir leid dass ich ihre gefühle verletzt habe sie das sie das gefühle von ziege geleidigen den ziege sehr sehr traurigen wesen weil du die sehr kurze leben haben und dann menschen dennoch geleidigen warum machen ja weil weil ziegen einfach dumm sind ziege sind viel mehr intelligent als den menschen die zusammen leben zusammenhalten zusammen sterben und sehr guten fleisch geben die nicht dumm tieren ja also wenn sie nicht besonders dumm wären dann würden sie ja nicht auch festen lassen aber auch kann sagen sie mir kurz den ziegen den haben technologischen nachteil weil du wie damals bei indien denn great britain kommen die musketten kanonen haben und indien pfeil und bogen haben und jetzt wird allen haben und ziegen gar nicht haben die können sie ja nicht verteidigen das ist nicht und du dann den ziegen noch geleidigen das ist nicht gut das ist nicht gut nein könnt ihr könnt ihr bitte bei heilige kuh entschuldigen nein ich entschuldige mich nicht bei kühen oder ziegen also das gehört nicht so zu meiner persönlichkeit ist der bürgermeister anrufen sagen du indische menschen beleidigen der die rausschmeißen bei landen ich glaube ich glaube dass der bürgermeister in london dass wir sie ja nicht bei ziegen entschuldigt aber eine ende der sind ja aber nicht alle ende sind ja gleich oder es gibt unterschiedlich wir sind wir sind eine einheit die volksfront von indien zur eroberung von großbritannien naja ich glaube ich habe indien hat ein problem mit china jetzt und wenn wir schaffen den chinesen ein bisschen stand zu halten dann ist alles gut wir werden machen wie wie kaster bei little big horn wir werden alle in den nennen die können wir finden wir werden in china angreifen wir werden noch suchen ein gutes schlagdruck weil der die deutschen immer rufen für den führer die engländer rufen for the queen die japaner rufen tenno hekao bahn sei aber wir selber noch gutes spruch brauchen haben sie idee das kann ich da überhaupt nicht sein aber warum denn das ist aber eine frage der ehre das ist eine frage der ehre das ist keine politik ich glaube nicht dass das eine frage der ehre ist ich glaube das sind politische fragen und politische fragen gehen mich überhaupt nichts an ich habe sie auch die ehre von ziege geleidigen ja ich habe keine ehre beleidigt soll ich sie foto von ziege schicken das können sie eine entschuldigung machen ich sie schönste ziege bock aussuchen und sie geleidigte machen geben sie mir e mail adress wir machen das so also ich schicke ihnen die die bankdaten falls sie deutsche coin ja dogecoin 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 die müssen die e mit aussprechen bitte ja falls sie das kaufen wollen ja und zusammen mit bitcoin schicken wir die bankdaten zu ihnen sie führen eine überweisung durch innerhalb von drei tagen müsste dann das geld auf ihrem konto ja gebucht werden und ab dem augenblick können sie also entweder ja also je nachdem was sie kaufen möchten also dogecoin oder oder bitcoin das ist dann ihn überlassen ja und ja können sie dann bei das e mail ein geschuldigung für den ziege bock reinschreiben den sie geleidigen haben das das können wir natürlich auch machen ja bitte sonst meinen gefühlen sehr gekränken das das passt das passt gut wann e mail kommen also ich werde einen assistenten fragen damit er ihn also ich muss bald in ein meeting in 20 minuten aber ich schaffe ich sende ihn selber ja aber assistenten kann sich nicht für ihre geleidigung geschuldig machen das muss er sie selber machen also auch kann ich habe das gefühl dass sie die ganze situation nicht so ernst nehmen also vielleicht stehen sie auf ziegen oder auf kühe ich weiß nicht was sie für ein fetisch haben aber jetzt ich will sofort geben mir geben sie mir manager des schweren sexuellen belästigung ich bin selber der manager hier ja du bitte nicht oberbosch oberbosch nicht so mit menschen reden werde ich werde britisch anti-diffamation league anrufen da du rassistischen beleidigungen bei telefon machen wie ist deine name kennen sie gern machen ja warum du rassismus machen bei telefon steht du auf ihnen die kühe oder ziegen was ist deine problem bernschot was ist deine problem bernschot also mein problem ist dass sie von mir verlangen dass ich mich bei einer ziege entschuldige ja sie den ziege vorher geleidigen ziege ihnen nicht getan und ziege keine angriff machen bei ihnen warum sie geleidigen warum sie zu meiner sagen ich stehe auf ziegen und kühe das ist eine sehr große geleidigung ja Herr von Rant sie sind ja derjenige der die ganze zeit über kühe und ziegen spricht ich bin ziegefarmer du bist finanzmann ich rede ganze zeit von geld ich bin ziegefarmer ich rede von ziegen ohne problem ich sage auch nicht ob du deinen kleinen ding dong bei geldautomaten reinstecken das würde ich auch nicht tun ja also warum du dann von meine denken aber das nicht gut ich würde ich würde mich auch nicht bei einem geldautomaten entschuldigen natürlich das ist eine andere weil du den heiligen ziege und den heiligen kuh von der heiligen ganesha und geleidigen machen bei einen indischen menschen was an ganesha glauben warum machen natürlich das ist meine religion also ich habe gedacht dass das sie spaß macht wenn für sie den glauben an ein besseres leben nach dem menschlichen leben spaß ist dann dürfen sie gerne lachen für mir ist der inhalt von ganzem leben das tut mir wirklich leid dass ich sie beleidigt haben dass ich auch die kuh und dass ich auch die ziege beleidigt habe und glauben sie mir bei der e-mail werde ich mich persönlich bei ihren ziegen dafür entschuldigen dass ich sie beleidigt habe ja ich hatte keine ahnung dass sie an sowas glauben ja und dass das ihre religion ist sonst würde ich keine so unsensible bemerkung machen werde ich schon denken warum er machen aber dann dann wenn sie denken nichts spaß machen dann sie auch dürfen spaß machen und dann ist alle wieder gut und dann nicht warten auf schreiben von sie und dann den docker coin bekommen wirklich gedacht dass sie ich habe gedacht dass sie dass sie mich auf den arm nehmen und deswegen habe ich so reagiert gut oder halt nicht gut aber wir jetzt understanding machen ja super heran dann machen wir das so ist an die in die bankdaten ich gebe ihnen dann bescheid wie viel sie mit dem mit dem kaufen können ja wir erkundigen wie viele dogecoin wir haben und wir verbleiben dann so fast ist und dann wieder telefon machen genau gut 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 vielen dank vielen dank wiederholen bis dann was ist das für ein typ leute unglaublich unglaublich